Turbine TV wird Ihnen präsentiert von der AOK Nordost, die Gesundheitskasse. Wir haben früher immer dieselben Modelle genommen, für alle Mädels, inklusive der Geschäftsleitung und so weiter. Entweder ein Corsa, ein Adam oder, oder, oder. Jetzt ist es so, dass die Spielerinnen auch wirklich mitreden können. Also da geht es ja, die eine fährt vielleicht ein bisschen weiter, keine Ahnung, die wohnt in Hamburg und will dann nicht immer mit dem Corsa nach Hamburg fahren. Nimmt dann ein Crossland. Also jetzt ist ein bunter Mix drin, ist für uns wieder einfacher, weil wir müssen die Autos ja hinterher irgendwann verkaufen. Ich habe mir den Adam ausgesucht, ja, den kleinsten Wagen eigentlich. Turbine ist Potsdam, Schachtschneider ist Potsdam und dadurch ergänzen wir uns natürlich. Also man könnte auch sagen, es ist eine wunderschöne Symbiose. Und wir arbeiten auch gut zusammen, auch im Sponsoring-Bereich, ob ihr oder wir Ausstellungen haben oder ähnliches. Ich denke, dass jetzt langsam jeder Potsdamer und Umgebung wissen, Schachtschneider und Turbine gehören zusammen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017